Was? Sind Sie ernsthaft? Ich kann das nicht tragen. Ich habe den ganzen Spiel jetzt mal ein bisschen mehr CPU zugewiesen. Damit sollte es, glaube ich, jetzt ein bisschen schöner aussehen. Next. Not enough space. Wieso? Wo haben wir denn hier? Empty can. Basic? Nee. Hä? Gott, oh Gott. Wir sind schon full. Mist. Nicht voll sein. Ich weiß ja nicht, was ich davon brauche und was ich nicht brauche. Na gut, dann geht es halt nicht. So, Feierholz können wir auch nicht mitnehmen. Dann nehmen wir uns mal das Pferd hier. Ich trage zu viele Dinge. Okay, will sie nicht. Ach, warte mal. Ach nee, ich wollte gerade... Hm, geht auch nicht. Oh. Oh, da sehen wir die gute Dame mal. So, schön rückwärts hier. Hören wir mal los. Eins. Zwei. Und drei. Okay, damit laufen wir schon mal ein bisschen schneller. Ich reite jetzt einfach mal in die Welt hinaus und guck mal, was wir so machen können und ob wir irgendwo einen schönen Spot finden. Das sieht mir gerade so relativ lineal noch alles aus, ne? Also, ich will mich jetzt erstmal irgendwo einrichten und dann reiten wir hier nochmal zurück und gucken und holen die anderen Sachen ab. Oh. Freund oder Feind? Warte mal. Anima... Es seems the facility was attacked by... Okay, Riders, also Feind. Should luck survive down and hopes up most like you are on your own know. Gut. Lässt sich gerade relativ schwer erkennen, wer jetzt hier der Rider ist. Er ist der Rider. Huh. Geh weg. Ja. Vorsicht. Oh Gott. Gerade gut gegangen. Erstmal meine Pfeile wieder her hier. Den können wir doch gar nicht nehmen jetzt. Das Wach wäre zu viel. Ja. Sag mal, das Pferd... Können wir in das Pferd nicht irgendwie ein bisschen Stuff poppen? Hat das Pferd nicht ein Inventory? Ich setz mich mal rauf. Nee. Der muss ja da erstmal liegen bleiben. Wir können einfach nix tragen gerade. Oh Gott. Hier haben sie... Können wir das Feuer löschen? Oder können wir uns da oben ansiedeln? Oh, da ist wieder einer. Nein, geh weg! Ah! Ah! Die sind auch gut schnell, ey. Steig mal ab. Nein! Alter, wie schnell der ist. Oh! Okay, erwischt uns aber nicht. Weg mit dir. Böser, böser Rider. Gib mir meine Pfeile wieder. So. Pferdchen. Komm, wir gehen mal da nach oben. Gucken mal, ob wir uns da einrichten können. Ist grad ziemlich dunkel hier, ne? Mitten in der Nacht. Kommt hier noch einer jetzt? Nicht, dass das jetzt hier so eine Rider Base ist. Und ich will mich hier einrichten. Müssen wir mal gucken. Ist das eine Rider Base, ne? Alter. Alter. Headshot. Aber spawnen die denn hier wieder? Neu? Oder bleiben die fern? Wenn wir uns jetzt hier quasi einrichten würden. Das wäre doch schon mal ein guter Spot hier, oder? Haben wir ein Dach über dem Kopf? So für den Anfang. Ich geh nur mal ab, dass wir hier auch sicher sind. Die Musik passt natürlich nicht so wirklich zum Kampf gerade. Ach, es ist doch super hier. Mega geräumig. Mit Aussicht auf Ballon. Ich würde sagen, das besetzen wir das Haus. Ich würde sagen, das besetzen wir das Haus. Das gehört jetzt uns. Mal kurz ein Prozess. Hier ist ein Bett. Können wir da... Oh! Bett, Presby. Ach ja. Mensch, ich wollte eigentlich auch nicht aufnehmen. Ich wollte eigentlich drin schlafen. Können wir alles mitnehmen? Das ist schon sehr cool. Ach, wie geil. Und hier oben könnte man doch so super... einen Garten anlegen. Oder eher ein Lagerhaus. Komm, wir machen mal. Wir gucken mal, ob wir hier ein... Wir haben noch Kisten. Kann ich die denn jetzt hier einfach hinbauen, die Kisten? Nee. Sind das denn Kisten? It seems impossible to open. Ach, okay. Die können wir gar nicht öffnen. Das sind einfach nur Kisten, die wir verkaufen können. Oder vielleicht später. Aber wir konnten uns auch hier... Wooden Box. Jetzt haben wir nur nicht genug Platz. Vielleicht werfen wir die mal gerade weg hier. Drop mal. Und hier, stell mal eine her. Ah, jetzt. Wie können wir drehen? Da... Wo ist vorne? Ich weiß nicht. Ich würde sagen, die stellen wir jetzt einfach mal hier schön hin. Okay. Dann packen wir hier erstmal ein paar Sachen rein. Ähm... Aber was? Aber was? Aber was? Diese Tools vielleicht? Weißt du was? Ich packe hier erstmal alles Mögliche rein. Weil ich noch nicht weiß, was ich überhaupt brauche. Und dann müssen wir uns erstmal umgucken. Pfeile nicht. Das hier. Hardwood. Essen behalten wir vielleicht mal. Da ist die Box auch schon voll. Aber wir haben ein bisschen Platz. Weil ich weiß nicht, ob die Sachen hier die spawnen. Die würde ich nämlich ganz gerne einsammeln. Genauso wie das Bett hier. Bevor es weg ist. Und dann holen wir uns da unten die Rider. Mit der Musik weiß ich noch nicht, ob ich die dauerhaft drinnen lasse. Oder ob wir die dann irgendwann mal rausnehmen. Wenn sie rennt, ist sie mega schnell. Wie geht's denn jetzt runter? Ach, wir sind schon unten. So, mal gucken. Liegen die noch da? Nee, guck mal. Er ist nämlich weg. Nee, doch. Er liegt noch da. Was kriegen wir denn von dem? Hiiii. So, und dann hatten wir doch hier hinten lag da auch noch einer. Und die holen wir uns mal eben. Und dann schauen wir mal, was wir so brauchen. Um uns irgendwas Gescheites herzustellen. Grafiel. Heu. Hier müsste irgendwo einer liegen, ne? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oder ist der jetzt weg? Nee, da vorne. Crowbar. Brechstange. Ne? Okay. Aber der, der Rider war weg. Tools. Ach. Oh, hier ist voll der Stuff drin, ne? Hier nicht mehr. Hier liegt er. Das war aber nicht der, den ich getötet habe, oder? Oder doch? Ach, das war der Zweite. Dies war der Zweite. Okay. Gut, ja, dann können wir ja hier mal Heu mitnehmen. Vielleicht können wir uns da draus irgendwie ein Heubett machen. Gravil. Dann gucken wir mal da oben, was wir uns jetzt so herstellen können. Ein bisschen ins Crafting rein. Das Pferd vielleicht noch mit nach oben nehmen. Na, steig auf. Ich hoffe, das rennt mir nicht weg. Das kann ja hier grasen. Ne? Muss ich dich auch füttern eigentlich? Weiß es nicht. Ah. Press E to take. Clock. Die können wir dann wieder aufstellen. Okay, wir richten uns jetzt hier richtig schick ein, ey. Kann ich mir dann auch eine Tür hier rein machen? Das wäre natürlich geil. Das hier... Hier können wir ja mal die Sachen hinstellen, die wir gerade eingesammelt haben. Hier das Bett. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt hinstelle, ob das dann quasi mir gehört und ich dann da drin schlafen könnte. So, wir stellen es einfach erstmal hier so hin. Achso, gedrückt halten. Okay. Ach, press F to sleep. Okay, wir machen mal. Ah, nee, warte mal. Ich muss erstmal gucken, wegen meiner Hunger- und Durstanzeige. So, hier die Glock können wir hier wieder aufstellen. Ja, schön. Ach, Mensch. Richtig schön heimisch hier. Ah, das können wir auch nehmen. Alter, man kann sich ja richtig schönes Haus machen. Guck mal, da draußen hätten wir da einen Balkon. Wo ist denn der? Wie geht's denn zum Balkon? Hä? Der Balkon hat gar keine Tür. Wie kommen wir denn da raus? Ja. Was? Ach nee, das ist die Glock. Hm, keine Ahnung, wie ich da rauskomme zum Balkon. Es gibt keine Tür. Nun denn, ja, dann futtern und trinken wir mal was. Dann gönn dir mal hier. Ja, machen wir ruhig voll mal. Hier nochmal was trinken. Hallo? Trinken? Warum trinkt sie nicht? Äh. Ach, empty Plastikbottle sind das. Eine. Dann müssen wir das hier mal trinken. Jetzt habe ich's gedroppt. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Vergiftung. Nö, alles gut. Gut, dann schlafen wir mal eine Runde. Haben wir denn eine Uhrzeit? Wir haben keine Uhrzeit, ne? Haben wir eine Map? Die kann ich da oben ein- und ausblenden, die Map. Das ist schon die Map. Gut, dann würde ich sagen, schlafen wir einfach mal ein paar Stunden und gucken mal, ob's dann wieder wach, äh, hell ist. Machen wir mal sieben Stunden. Ah. Sieht gut aus. Fährt ist auch noch da. Sehr gut. Ach, cool. Ich glaube, ich kann mich hier echt eine ganze Weile mit beschäftigen, mit dem Game. Guck mal, da haben wir irgendwelche Windräder. Guck mal, da haben wir irgendwelche Windräder. Ja, nice, nice, nice. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie so eine Workbench uns kraften können, ne? Was haben wir denn hier? Primitiv Bodenbett? Nö, wir haben ja ein gutes Bett jetzt. Äh, äh, Signalfeier, Ritualfeier, Sleeping Bag, Campfire vielleicht mal. Large Stone. Brauchen wir mal sieben Stück. Wie viel haben wir denn? Was ist denn hier der Large Stone? Oder habe ich den jetzt ins... in die Kiste gepackt? Hier ist er, Large Stone. Okay, dann gehen wir mal runter. Äh, machen wir uns hier mal ein Campfeuer rein. Campfire. Da müssen wir bestimmt dann auch immer für Feuerholz sorgen, ne? Kann ich mir vorstellen. Und hier so schön... Ja, hier. Machen wir mal hier. Campfire. Naja... Ach, jetzt brennt es einfach. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich hoffe, das Haus fackelt mir jetzt nicht ab. Gut, was haben wir denn hier noch so? Bandagen. Simple Shelter. Allowed you to rest. Okay, das ist für unterwegs dann eher. Diese Werkbank, die wir da hinten hatten, kann ich die denn irgendwie mitnehmen? Wenn ich da jetzt nochmal zurückgehe? Ne, ne? Ich glaube ja fast nicht. Fragen, Fragen, Fragen. Wir nehmen mal erstmal hier nochmal das Hardwood. Gucken mal, können wir denn... Nails. Da sind sie. Dann stellen wir uns nochmal hier so eine Box her. Ach, Timber. Und Scrap. Timber haben wir. Da haben wir ordentlich. Komm, dann stellen wir drei her. Damit wir hier mal ein bisschen Lagerplatz haben. So... Ja, so ein bisschen durcheinander ruhig. Muss jetzt nicht so aufgeräumt hier aussehen bei mir. Dann sortieren wir nämlich gleich schon mal ein bisschen. Und zwar nach... allen möglichen Sachen. Dann packen wir hier erstmal alle Pflanzen rein. Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. Pflanze, 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 Pflanze. Gravel, nee. Pflanze. Das ist Nahrung. Nahrung vielleicht eher nicht. Pflanze, Pflanze. Pflanze. Die Pilze packe ich da auch mal mit rein. Nahrung behalten wir. So, dann gibt den Restchen noch raus. Vielleicht die Dinger hier können wir da noch mit reinpacken. Ich weiß nicht, ob das Pflanzen sind. Ich würde sie jetzt einfach mal so betiteln. Nach komigen Pflanzen. Hier könnten wir einfach mal so alles Mögliche an Zeugs reinpacken. Das. 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 Die. Gravel auch meinetwegen. Animal auch. Das auch. Heu meinetwegen auch. Die Kisten vielleicht eher nicht. Das hier noch. Das. 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 Jetzt haben wir zwei Crowbars schon. Das. Das. Wie gesagt ich pack einfach erstmal rein. Ein bisschen Blätter haben wir noch. Und dann schauen wir mal, wie wir weiter verfahren. Hier könnten wir so... Ahhh. Was packen wir? Metal Scrap? Keine Ahnung. Gummi. Das Tool. Das. Kloss, die Farbe vielleicht der Hund hier, den will ich ja immer noch heilen, ne empty can empty plastic bottle, nehmen wir mal mit können wir glaube ich wieder auffüllen hier, naja den Rest packen wir hier einfach mit rein den Wasserfilter auch Bandagen behalten wir Metalltool was, oh Gott wir verdursten hier, gönn dir in Energy hat nicht wirklich viel gebracht, aber dadurch sind wir glaube ich jetzt, yeah, voll hyperaktiv gut, dann nehmen wir nochmal normales Wasser oh Gott, also hier aber Nahrung und sowas verliert sie recht schnell, ne ich glaube da müssen wir ganz schön am Ball bleiben dass wir da jagen gehen oder sowas äh, dann packen wir dies da, dies da ist jetzt so ein bisschen Inventarverwaltung ach, dafür hat sie die Matches gerade gebraucht, glaube ich den da, weiß ich nicht, ob ich den jetzt hier mitnehmen soll Use for Crafting ich behalte ihn mal dabei erstmal den Hundi auch und das können wir da noch rein, dann haben wir hier die Sachen und hier können wir vielleicht noch so die Sachen, die wir erstmal nicht verarbeiten können, den Hund packen wir da einfach mal mit rein den wollen wir aber gar nicht verarbeiten die Dinger das weiß ich jetzt nicht wir können sie auch erstmal mit reinpacken und schauen dann mal ja, gut komm, dann haben wir ja schon mal ein bisschen mehr Platz jetzt zumindest die Bären können wir gerne hier unten reinmachen Maul Tool Use for Destroy Hammer okay Small Hammer ist der selber also macht dasselbe gucken mal das ist ein Vorschlaghammer, ne warte mal, den können wir mal hier lassen wir haben ja den kleinen wir haben ja den kleinen Hammer gut, Feuer brennt ich hoffe das bleibt auch so nicht, dass wir das jedes Mal anzünden müssen weil dann müssen wir gucken, wie wir uns Streichhölzer besorgen oh, hier können wir so einen schönen Garten guck mal, hier geht es irgendwo hin ne, hä? können wir hier reisen? äh äh by using an Airballon you can travel to different locations of the world alter, so ein Schnellreisepunkt Airballons are marked with an orange dot on the radar okay, das ist eine quasi eine Schnellreisestation hier ja, ist doch perfekt mit unserem Haus oder nicht? oh, guck mal hier das können wir können wir die Feuer denn löschen und dann können wir das hier alles wieder aufbauen oder so? Evelator der geht sogar ach, wie geil wie cool ich bin gespannt ich bin auch mal gespannt wie groß diese Welt hier ist na gut, ihr Lieben ich danke euch erstmal fürs Zuschauen und wenn ihr Bock habt sehen wir uns dann in der nächsten Runde wieder bis denn bye, bye